Heute möchten wir testen, ob die neue Canon EOS R6 dafür geeignet ist, Dampfloks aus dem Auto heraus bei voller Fahrt ohne Gimbal zu filmen. Dabei wird sich zeigen, ob der neue Bildstabilisator sowie der überarbeitete Dual Pixel Autofokus die Lok ruhig und scharf im Bild behält. Mangels Dampf-Sonderfahrten haben wir uns als Testobjekt die E-Log 185-164-1 bei der Fahrt zwischen Bonn und Koblenz ausgesucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Test hat gezeigt, dass die Aufnahmen, obwohl kein Gimbal verwendet wurde, ruhig und vor allem sehr scharf geworden sind.